Moin Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Video rund um die Kampagne mit Magni, Mutter und unserem Herz von Azeroth. Ich habe Stufe 55 erreicht und damit schalten wir eine weitere Quest frei, nachdem wir nun die Essenzen vom schwarzen und grünen Drachenschwarm bereits vereinigt haben. Schauen wir mal, was Magni hat. Eine frische Wunde. Azeroth kämpft ums Überleben, aber sie leidet ohne Unterlass. Neue Wunden. Er leidet, by the way. Ich fühle ihre Schmerzensschreie vom Norden her, von einem Ort uralter Macht. Magni schließt seine Augen, als würde er einer unsichtbaren Stimme lauschen. Die CDU-Parteizentrale. Bei der Schmiede auf dem Hial ist etwas schief gelaufen. Der Weltenbaum Nordrassil ist in Gefahr. Trefft mich dort, Bluteuter. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Ja, Weltenbaum, Freunde. Natürlich triggert. Werden wir gleich drüber reden. Erstmal schauen, was uns beim Hial so erwartet. Und da sind wir im Hial angekommen. Besser gesagt, im Gasthaus Nordrassil. Dort, wo ein Isera stand und uns Quest für Cutter gegeben hat, steht jetzt Magni. Früher, schöner, sexy Drachenelf. Ja, und jetzt ein Zwerg aus Diamanten, Freunde. Früher war alles besser. Ja, da haben wir es wieder. Schauen wir mal. Eine frische Wunde. Wenn wir es nicht schaffen, diese Wunde zu heilen, wird der Weltenbaum vielleicht nicht mehr lange stehen. Das gilt es zu vermeiden. Heilung von Nordrassil. Die Azeritelementare rasten durch Azeroths Schmerz komplett aus. Sie bedrohen die Geister der Natur, die den Weltenbaum beschützen. Sad life, Allah. Die rasten einfach völlig aus, Junge. Geile Typen, ne? Sind bestimmt aktive Stream-Zuschauer. Mit Sicherheit. Die Wurzeln von Nordrassil reichen tief in die Erde hinab und werden von diesen heiligen Gewässern genährt. Der Baum muss zum Wohl der Weltenseele von Azeroth verteidigt werden. Befriedet die ruhelosen Elementare und nutzt euer Herz von Azeroth, um die Wunden, die ihr findet, zu heilen. Der Hial darf nicht zu einer weiteren klaffenden Wunde wie Silithus werden. Das wäre in der Tat denkbar schlecht, ja? Und zum Glück steht er befrieden und nicht befriedigen. Auch Aviana ist dabei. Nordrassil ist in großer Gefahr. Wie wird euer Champion ihn verteidigen, Sprecher? Das Herz von Azeroth kann Nordrassils Wunden heilen, Aviana. Ihr werdet sehen. Ich bete, dass ihr euer Vertrauen in die Richtigen setzt. Wir kennen uns doch, meine Güte. Wir waren doch dabei hier im Hierheim mit den Uraren, ne? Den wilden Göttern. Hin und her, dies, das. Von Katakwes bis zur Druiden-Klassenhallen-Kampagne. Wir kennen uns doch, Aviana. Und während wir hier Wunden schließen, schießt ihr irgendwelche Windböen ins Wasser. Ey, verstehe wieder einer die Frauen. Liebe Leute, verstehe das mal einer. Ja, Wunden schließen, liebe Leute, ich sag mal, ist uns jetzt ein bekanntes Schema. Ja, ihr möchtet jetzt nicht sagen, Champion, an dieser Stelle tritt Azerid aus. Aber an sich ist es genau das. Momentan, Freunde, weil es wird jetzt hier höchstwahrscheinlich eine Weile dauern. Und es ist euch vielleicht noch nicht aufgefallen, aber in meiner unendlichen Weisheit habe ich die Live-Kommentary-Sounddatei gelöscht. Und kommentiere das gerade nach. Und ich habe keine Ahnung mehr, was ich erzählt habe. Das ist einfach eine tolle Sache. Deswegen reden wir jetzt über Blumen und Elementare. Nein, tatsächlich ist es so, dass natürlich Nordrassil und die Weltenbäume auch eine Rolle spielen, zumindest in den verschiedensten Theorien, die wir haben. Und aktuell sind wir nach wie vor dabei, größer zu denken. Einige denken sogar unglaublich groß. Ja, mal sehen, ob wir dazu in diesem etwas kürzeren Part heute noch zu sprechen kommen. Aber natürlich, wir hatten damals die Prophezeiungen von den alten Göttern. Ich meine, es waren sogar die Einflüsterungen von Ilginos, diesem albtraumhaften Tumorauge, was wir ja eben an Goho-Krater im Smark-Grün-Albtraum-Raid hatten. Und da hatten wir ja auch fünf Fackeln, unseren Weg zu leuchten. Ja, wo wir auch gesagt haben, weil kurz darauf, äh, kurz darauf, nicht der Rauch, Junge. Darauf haben wir erstmal eingeraucht, ja. Nein, kurz darauf wurde tatsächlich das Artwork von BFA auch confirmed, bestätigt, geleakt. Auf der BlizzCon wurde das geleakt, null. Und zwar vom brennenden Tellrassil. Da waren wir auch sofort, natürlich brennt ist eine Fackel, was ist mit den Weltenbäumen? Ja, davon haben wir nicht mehr viele. Einer brennt, andere verdorben und so weiter und so fort. Ja, das könnte damit zusammenhängen. Und jetzt hier das Nordrassil quasi zufälligerweise, mitten in dieser Kampagne, die sich ja auch darum dreht, um die Heilung von Azeroth, dass er jetzt angerufen wird, Zufall? Man weiß es nicht genau, ja. Wir hatten dann aber auch gesagt, Freunde, fünf an der Zahl, vielleicht auch unsere Säulen der Schöpfung, ja. Und vielleicht auch nicht alle, vielleicht nur der Gezeitenstein, ja. Denn wir hatten damit zusammenhängend auch die Prophezeiung, der Herr, der Rabin wird den Schlüssel drehen. Ja, also je nachdem, was diese fünf Dinger sind, bezogen höchstwahrscheinlich auf Khadgar. Ja, Khadgar, Lehrling von Medivh, beiden Rabengestalt, auch Adjesh, der hohe Stab des Wächters, den die beiden in den Händen hatten. Khadgar höchstwahrscheinlich immer noch hat, vor allem jetzt, wo Medan aus der Lore rausgeschrieben wurde. Ja, auch der eine Rabenfigur oben eben draufgeklebt. Ja, schöne Sache. Viele sind da auch bei Odin, aber Odin ist zwar in der nordischen Mythologie, wenn ich mich nicht irre, auch mit Raben und so weiter und so fort. Wir haben, glaube ich, die ein oder andere Quest auch in Stormheim, wo er in seiner humanoiden Wrükholform da so ein bisschen mit Raben hantiert und so weiter und so fort. Aber ich glaube, dieses ganze Wächterding ist in WoW stärker als die nordischen Mythologie-Aspekte. Ja, es sind Anspielungen, aber wir haben hier, glaube ich, ein anderes Muster. Herr, der Raben, sehe ich ganz klar Khadgar. Und mit dem waren wir ja damals an der verheernten Küste. Und der hatte eben den ganzen Plan, auch mit dem Echo von Egwin und so weiter, dann im Grabmal diese Säulen der Schöpfung, diese alten Titan-Relikte zu nutzen, um die Macht im Grabmal zu versiegeln und zu verhindern, dass etwaige Mächte wie die Legion da weiterhin Energie abzapfen kann, Portale generiert und so weiter und so fort. Und vielleicht brauchten wir gar nicht alle. Ja, es sind fünf Fackeln, unseren Weg zu leuchten, aber wir müssen nicht alle fünf anzünden, nur den Gezeitenstein. Und den hat Azshara letztendlich ja geklaut, um jetzt Nasiathar zu der Zone zu machen, die wir kennen. Vielleicht ist das einfach der Zusammenhang. Ja, es sind fünf Säulen, aber nur eine muss brennen von der Fackel. Das ist ja immer so mit den Prophezeiungen und Flüsterungen der Lehre. Viel Interpretation, wenig Genaues, auch nicht die ganze Wahrheit, aber zumindest auch keine generelle Lüge in unsere Fratze. Ja, wer weiß, wie das zusammenhängt und ob der Schlüssel nicht bereits gedreht wurde. Ja, und viele setzen momentan das Ganze in viel größere Gefilde, was letztendlich zur Befreiung von Sos beigetragen hat, wenn wir wirklich davon ausgehen, dass er so von den Titanen weggeschlossen wurde, dass wirklich nur das Blut von Azeroth, ja, dieses Schloss aktivieren oder eben die Ketten sprengen konnte, dann muss es ja ein unfassbar großer zusammenhängender Plan sein und dann muss ja auch Sageras irgendwie mit involviert werden, ja, auf den Artworks und auch der Avatar eben gerade mal als Boss. Ähm, da sehen wir das sehr, sehr gut in, ich glaube sogar so gut wie allen Artworks, in Schwert von Sageras ist auch ein Auge, da sind wir natürlich. Ja, das war jetzt die Ansage, cool, ne, wir haben wieder neue Energie gesammelt, was soll schon schief gehen? Ja, und deswegen stellen viele momentan auch sehr große Bezüge her, ne, ob die vielleicht auch ein Deal hatten, ob ein Sos nicht auch schon mit dem Unto zusammenhängt, ja, und so weiter und so fort, ob Argus vielleicht, so wie die Titanen, die die Zeit und das Leben kontrollieren, vielleicht der Titan des Todes war, ja, und Rätseln da von roten Färbungen bis hin zu eben dieser Todesebene und der Tod ist nach wie vor auf dem Vormarsch, das wissen wir, sehen jetzt hier auch, warum Avianer die ganze Zeit Windböden ins Wasser schießen, die hätten uns das auch einfach sagen können, wir haben hier einen riesigen Azerid-Lewiathan, den wir jetzt bekämpfen dürfen. Und ob das nicht der ultimative, super zusammenhängende Masterplan war, ja, ein Sos quasi ein Deal mit entsprechend Sargeras hatte, der das Ganze mit Argus geplant hat, letztendlich eben möglichst die Schaden an Azeroth anrichten wollte, damit wir quasi irgendwie das Blut, das ausströmende Sammeln zurückpumpen wollen und wir letztendlich zu einem Sos gelockt werden, ja, der wiederum seine Tentakel schon wieder mehr mit dem Tod im Zusammenhang hat als mit der Leere und darum auch zu diesem Todes-Citan Argus irgendeine Bindung aufbauen konnte, aber das ist so eine Meta-Ebene, die aktuell konstruiert wird, weil alle versuchen irgendwie größer zu denken und Sachen zu verknüpfen und ja, wir haben dieses Auge im Schwert von Sargeras, was sie nicht so leicht erklären lässt und ja, vermutlich ist mit Argus noch irgendwas und diese ganzen roten Farben und Sterne und Explosionen, die haben irgendwo einen Zusammenhang, abgesehen vom Visuellen, aber was da momentan auch zusammengezimmert wird, Freunde, Wahnsinn, da platzt einem wirklich der Kopf. Ja, jetzt platzt erstmal der Leviathan und wir haben hier an dieser Stelle erstmal retten können, hinten sind auch schon die grünen Drachen aus dem Portal gekommen, wir sehen das, also der Baum wird gesichert, ja, und wem jetzt vielleicht auch der Kopf schon gebrannt hat von Augen und Titan und Deals und Todes- und leeren Ebenen und hin und her, das ist momentan wirklich der Versuch von vielen Leuten im Größer zu denken. Aviana ist da und er freut sich, ne, die Ahnen, vielleicht erkennen sie uns jetzt auch, haben wir nicht sogar ihr Eibeschütz, ihre Reanimation ja eingeleitet, oder? Das war doch da unten bei dem Schrein, ne, komische Gestalten hier. Heilung von Nordrassi, ihr habt es geschafft, Blutäuter, ich fühle wie ihr Schmerz, nachlässt, Yay, jetzt fällt mir erst auf, dass ich da nur einmal geklickt habe, schön. Macht es Arze richtig. Und nach wie vor, Freunde, bei solchen Questnahmen, wie macht es Arze richtig, müssen wir einfach los, ja. Also, da muss ich auch sagen, da geht's nicht mehr, danke fürs Zuschauen. Macht es Arze richtig. Ne, eben denken wir noch groß und Magni droppt sowas. Unglaublich, ihr habt verhindert, dass sich die Wunde ausbreitet und außer Kontrolle gerät, ja. Nordrassil sollte fürs Erste wieder sicher sein. Es ist ein gutes Zeichen, dass es vielleicht doch möglich ist, den Schaden rückgängig zu machen. Der Azeroth zugefügt wurde, ähm, hi, okay, gruselig, gehen wir zurück zur Herzkammer und sehen wir, ob das Azerid, das ihr absorbiert habt, sinnvoll eingesetzt werden könnte. Ja, ich hab da ne Theorie, Magni, ne, da werden wir wieder. So, wie macht, nutzt sie mit Bedacht, Champion, mh, wir wissen, was passiert, ne. Das Herz von Azeroth wird zur Heilung dieser Welt eingesetzt, Aviana. Und er ist so überzeugt von sich. Champion, spürt ihr das? Etwas geschieht mit dem Herz. Gehen wir zurück in die Kammer. Ja, wir schalten dann jetzt quasi unseren passiven Trade frei, ja. Ähnlich wie bei den Artefaktwaffen im Niederlichtiegel, ne, irgendwo was Großes, was Aktives und dann so ein paar kleinere Passivdinger, mit denen wir ja aktuell spielen können. Macht auch sehr, sehr viel Laune. Und ja, hier ist er erstmal gerettet, ne. Juhu, tolle Sache, zurück zur Herzkammer. Und ja, das war eben ein ganz kleiner zusammenfassender Anriss einfach mal von dem, was momentan in Foren, gerade auch bei den Amis, ja, auf YouTube von vielen Lore-Content-Creatoren und so weiter, was da abgeht und was da für Zusammenhänge gesetzt werden, wie groß der Masterplan von SOS wirklich sein könnte, was wirklich mit drin hängt, was wir so auch gar nicht sehen. Ja, und mit Begründungen, die natürlich sehr, sehr dünn sind, aber eben vorhanden, beziehungsweise durch das Interpretative, durch, falsches Portal, falsches Portal, Vergangenheits-Ich, ja, da die Entwicklung, kriegt man natürlich nur mit, wenn man alle Bücher gelesen hat oder wirklich alle Storylines von verbündeten Völkern bis zu Kampagne, Kriegskampagne, wie Magni-Kampagne und so weiter spielt, ja, und ab und zu auch mal einen Questtext liest. Das ist klar, aber wir haben diese Tendenzen eben da. Und vielleicht meinten SOS wirklich, mit aller Augen werden sie öffnen, dass wir wirklich die Realität komplett in Frage stellen und wirklich schon länger, als wir überhaupt denken können, wenn man so sagen möchte, ja, an seiner Strippe tanzen, ja, wo der vielleicht überall, über die Jahrtausende hinweg seine Tentakel im Spiel hat. Crazy, was da momentan diskutiert wird. Macht es Arzo richtig. Zusätzliches Arzorit steht für das Herz von Arzorot zur Verfügung. Aktiviere es jetzt. Sehr schön. Schauen wir mal. Reden wir aber vielleicht auch nochmal ausführlicher in dem Extra-Video drüber, Freunde. Kommt hier eine Sound? Diesmal nicht. Nö. Warum auch, ne? Nordrassi gerettet. Mehr Macht im Herzen. Muss auch keiner was sagen, Freunde. Ich erzähle genug. Reden wir vielleicht nochmal in einem Extra-Video drüber. Ja, ich wollte es jetzt nochmal kurz anreißen. Auch diese Tendenzen gibt es, ja, dass wir nicht nur einen SOS eben haben mit Azshara und vielleicht mit Sylvanas und Xhadas, sondern von Sageras bis zu Argus und der Titan des Todes oder all solche Sachen, ja. Also Wahnsinn, was da momentan alles verknüpft wird von Nyalotha, dem Schwarzen Imperium, den verseuchten Landen. Freunde, also es ist wirklich Wahnsinn. Ja, und wenn ihr euch denkt, Mensch, wir denken hier manchmal groß. Seid euch sicher, es gibt immer jemanden irgendwo, der noch eine Verknüpfung mit reinbringt, die das noch verwirrender alles macht, ja. Und vermutlich schnippst Blizzard am Ende mit den Fingern. Und wenn nicht die Hälfte der Erdbevölkerung sich folglich auflöst, dann kriegen wir höchstwahrscheinlich eine sehr offensichtliche und einfache Lösung. Aber, ja, das ist momentan so das ganze Gewusel. Ne, wir haben Nordrassi gerettet. Wir haben die grünen Drachen so ein bisschen vereint. Wir haben die schwarzen Drachen so ein bisschen, naja, vereint nicht, aber das gerettet, was übrig ist, ne, was nicht dem Wahnsinn verfallen ist oder was bereits getötet wurde. Auch so ein Hinweis, ne, Todesschwinge, ja, der auch von Zoss verdorben wurde. So, okay, Deathwing hängt auch mit Tod zusammen. Da sind wir wieder Argus hin und her. Die ist das, also, ihr könnt momentan irgendwo hingucken. Und es wird irgendwo jemanden geben, der euch dazu ein riesiges Konstrukt im Gesamtgefühl gebastelt, ja. Und ihr könnt dann sagen, what the fuck, oder geil, oder beides, warum, warum nicht beides, ja. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht, in jedem Fall, ja, ob es nur A oder B wird oder verdammt XYZ, es gibt so viele Optionen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hi-Health ist sicher, Freunde, das ist auf jeden Fall klar. Und wir sehen uns im nächsten Video, wenn ihr wollt. Bis dahin, haut rein. Tschau's. Tschau's.